Einen wunderschönen guten Morgen in die Runde und herzlich willkommen zu einem neuen Krypto-Update-Video. Bitcoin weiterhin bei 52.400 US-Dollar, wenig Bewegung am Wochenende, leichter Abverkauf, der sich aber mittlerweile wieder deutlich nach oben orientiert. Wir stehen aber auch jetzt vor den nächsten wichtigen Widerständen. Kriegen wir möglicherweise heute, obwohl die USA, das schon mal vorläufig vorweg, USA haben heute geschlossen, also die merken deswegen heute erstmal keine Stocks-Trades, aber kriegen wir möglicherweise heute nochmal so diesen letzten False-Move nach oben, bevor wir dann die Korrektur sehen oder setzt sich dieser Trend einfach nach oben hin fort. Wir werden natürlich trotzdem mal Ethereum, Gold und den restlichen Markt einfach mal ein bisschen analysieren, schauen was rauskommt. Und ansonsten würde ich sagen, bevor wir starten, lasst dem Video gerne ein Like da, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt und natürlich gerne in die kostenlose Telegram-Talk- und Signalgruppe reinschauen. Wenn ihr Bock auf Updates, News und Signale, kommt da gerne rein, den Link dazu findet ihr kostenlos unten in der Videobeschreibung. Freitag kam die neue Podcast-Folge online. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall für euren Support. Wieder eine der besten Folgen, die bis jetzt angekommen ist. Und wenn ihr die ganzen Setups auch traden wollt, kann ich euch nur meine Partnerbörse BingX empfehlen. Dort kriegt ihr momentan sogar, wenn ihr 50 Dollar einzahlt, noch einen 50 USDT Trading-Bonus, den ihr dann ein bisschen verzocken könnt. So, jetzt aber rein in die Analyse. Wie gesagt, Bitcoin momentan bei 52.400 US-Dollar. Wir sehen hier diesen Abverkauf, der runterging bis auf 50.600 US-Dollar. Leider hat er nicht hier die Ineffizienz komplett abgefüllt, beziehungsweise wenn wir uns das mal auf einen 1-Stunden-Timefilm angucken, hätten wir sogar hier runter noch unter knapp 50.000 US-Dollar gehen können. Auch wenn wir uns mal ganz kurz so das FIP-Level ziehen, sehen wir auch, okay, wir haben eigentlich kein signifikantes Level erreicht, nur das 0,5er. Das Golden Pocket wurde erst einmal komplett verschont. Und wäre mir am Wochenende lieber gewesen, dann hätte man nämlich hier die Position nochmal verdoppeln können, ohne wirklich signifikantes Risiko, weil da wäre zwar unser Entry auf 45k hochgestiegen, aber trotzdem, es wäre so die einzige Möglichkeit gewesen, wo ich jetzt mal gesagt hätte, okay, da können wir nochmal einen kleinen Longwagen, beziehungsweise die Position verdoppeln und von hier aus dann, sag ich mal, diesen letzten Move nach oben hin mitnehmen. Warum letzten Move? Weil ich immer noch davon ausgehe, dass wir nicht direkt in Richtung All-Time-High jetzt rauschen. Wir haben, wenn wir uns mal den Daily Chart jetzt angucken, die nächsten signifikanten Level liegen hier direkt jetzt vor uns. Wir haben hier noch die Ineffizienz auf dem Daily Time-Frame, die bei 53.300 US-Dollar liegt. Dann haben wir noch den Widerstand R2, also Pivot R2, der hier auch noch bei 53.800 US-Dollar liegt. Und mein Maximum momentan, das habe ich ja letzte Woche schon gesagt, sind die 55.800 US-Dollar. Also diese Zone, die jetzt hier oben auf uns wartet, das ist so dieser letzte Bereich, wo ich sagen könnte, okay, da können wir noch hingehen. Wir können die Übertreibung machen, wir könnten und dann natürlich auch gleichzeitig hier diese Bearish Divergence auch noch dazu bilden. Also für mich ist das momentan hier oben der einzige Short-Bereich, der für mich in Frage kommt. Problem an der ganzen Sache ist, es ist ein 5%-Kasten. Und ein 5%-Kasten ist schon relativ heavy, wenn wir jetzt sagen, okay, wir gehen bei 53.300 Short und mit einem Stop-Loss mindestens hier bei 56.000 US-Dollar liegen wir hier 3.500 US-Dollar mit dem Stop-Loss. Ist schon relativ heavy. Natürlich, wir haben die Long-Position noch. Wäre jetzt alles viel, viel einfacher gewesen, hätte er hier einfach das Golden Pocket abgeholt. Dann hätten wir die Position verdoppeln können in diesem Bereich und dann hier oben einfach die halbe Positionsgröße nochmal für den Short dann eben können. Momentan, wie gesagt, keine Verdoppelung in Sicht. Wenn wir in den kleineren Timefilms reingucken, haben wir schon größere Divergenzen, aber ich warte auch hier noch, dass wir uns dieses höhere Hoch noch holen, weil wir dann die 4 Stunden Divergenz hätten. Wir hätten sinkendes Volumen, was auch noch dazu kommt. Also für mich absoluter Short-Bereich hier oben. Eventuell werden wir trotzdem nochmal diesen Short wagen und dann die Position möglicherweise dann auch endgültig schließen. Der Long sollten wir dann hier oben ausgestoppt werden. Also das für mich die Zone, auf die es jetzt heute und morgen wahrscheinlich dann ankommen wird. Wie gesagt, US-Märkte haben jetzt erstmal heute geschlossen. Da sollte ehrlich gesagt nicht so viel wirkliche Bewegung reinkommen, von der USA-Seite zumindest. Da rechne ich dann morgen erst wieder mit deutlich, deutlich mehr Bewegung. Wenn wir uns mal ganz kurz die Funding Rates angucken, auch interessanterweise sind die jetzt zuletzt deutlich, deutlich angestiegen. Also jetzt vor allem übers Wochenende, BitMEX, Binance im roten Bereich, die YDX sowieso. Die einzigen, die noch so ein bisschen unten sind, sind CoinX und BingX. Der Rest deutlich angestiegen übers Wochenende und auch das Open Interest hat nochmal deutlich zugenommen. Und das übers Wochenende, weiß ich nicht, ob das wirklich so gut ist. Deutet für mich alles immer mehr auf eine Korrektur hin. Die Frage ist, wie tief diese Korrektur dann auch wirklich gehen sollte. Wir haben ja, ich war ja gestern noch mit Puzzles live, also mit René und haben auch verschiedene Theorien angestellt. Ich denke mal so die erste Korrektur, die dann früher oder später kommen sollte, wird wahrscheinlich dann dieser Preisbereich angelaufen. So ich sage jetzt mal zwischen 43.000 US-Dollar und dann wird sich entscheiden, ob wir noch Richtung 35.000 oder sogar Richtung 28.000 US-Dollar hingehen. Also ich gehe weiterhin davon aus, dass wir noch eine Korrektur sehen und ich überlege auch weiterhin, nachdem ich es ja letzte Woche schon den ersten Teil meiner Bitcoin-Verkäufe gemacht habe. Ich habe es glaube ich, wo war denn das, wo war denn das, ist glaube ich schon, ah hier genau, das war am, da steht kein Datum dabei. Ist egal, auf jeden Fall letzte Woche die ersten 5% meiner BTC verkauft. Das war glaube ich hier in diesem Preisbereich so bei 51.800 US-Dollar, wo wir uns jetzt auch weiterhin so befinden. Ich überlege noch einmal 5% rauszunehmen, das heißt insgesamt 10% aus dem Markt rauszunehmen, was zumindest mal Bitcoin anbelangt, bevor wir dann möglicherweise die Korrektur sehen und ich dann nochmal einen billigeren Einkauf nach unten hin bekomme. Also kurzfristig warten momentan, überhaupt kein Short-Szenario für mich. Ich warte jetzt darauf, dass wir uns diese grüne Box hier oben noch abholen, mit eben dem Pivot R2. Wir kommen in die Daily-Ineffizienz, wir haben hier oben die Daily dann Supply, auch noch was da auf uns zukommt. Diese Box wird meiner Meinung nach entscheiden, ob wir direkt in Richtung All-Time-High gehen oder dann endlich unsere verdiente Korrektur bekommen. Ansonsten gehen wir mal rüber zu Ethereum. Ethereum pumpt nämlich immer weiter, hier sehen wir komplett einen Gegensatz zu Bitcoin. Wir sind momentan wieder so in unserer kleinen Alt-Season-Bitcoin, ein bisschen so stabil, dafür die Alt-Coins momentan am Pumpen. Ethereum mit neuem Hoch, Bearish Divergence ist mittlerweile angekommen, aber wir haben steigendes Handelsvolumen im 4-Stunden-Time-Frame. Das ist für mich eindeutig zu wenig und das Risiko ist einfach zu hoch, hier irgendwie überhaupt in Short reinzugehen, auch wenn wir uns da den 1-Stunden-Time-Frame mal angucken. Natürlich, Divergenz ist da, aber nicht, wenn der Trend beim Volumen extrem nach oben hindeutet. Also auch hier kommen wir wahrscheinlich unserem Ziel Richtung 2.970 bis über 3.000 US-Dollar auf jeden Fall ein Stückchen näher. Das ist auch momentan so das Ziel gewesen, wo ich auch auf Daily sich gesagt habe, okay, das können wir absolut erreichen, die 3.007 Dollar. Wegen dem Pivot, wegen unserer Daily Supply Zone, die hier drüben auch noch ist. Das heißt, wir können uns die Liquidität hier auf jeden Fall noch absacken, bevor wir dann möglicherweise einen ordentlichen Dump nach unten hinbekommen, weil wir hier einen sehr, sehr starken Anstieg haben. Ich halte sogar bei einer größeren Korrektur die 2.000 US-Dollar auf jeden Fall nicht für ausgeschlossen, aber wir müssen das Ganze auch ein bisschen neutraler ansehen. Sollten wir den ersten Dump sehen, wäre auf jeden Fall eine Korrektur hier runter in diesem Bereich um 2.500 US-Dollar, wo auch noch die Ineffizienzen liegen, wo das Golden Pocket dann liegt, macht momentan am meisten Sinn. Interessanter Fact of Daily, das Volumen nimmt seit unserem letzten Hoch hier, was wir hier gebildet haben bei 2.700 US-Dollar, deutlich ab. Wir haben hier also schon die erste Divergenz, natürlich dann auch noch mit den Funding-Fees und natürlich auch mit dem Open Interest, was ansteigt. Sind das alles keine positiven Faktoren, die momentan dafür sprechen, dass wir hier einen kompletten Bullrun derzeit sehen. Ansonsten, wie gesagt, US-Märkte heute, nur die Futures momentan am Handeln, da warten wir auf jeden Fall jetzt erstmal ab, wie dann morgen der Tag rein startet. Und US-Märkte heute geschlossen, wie gesagt, ich rechne aber auch hier, weil mir der ganze Markt momentan überhaupt nicht gefällt. Auch DAX hat nochmal hier die Liquidität beim R1 abgesagt, wir haben ein neues All-Time-High und sowas gebildet, alles schön und gut. Hat mir aber auch nicht wirklich geschlossen, wenn wir uns das Ganze hier mal ein bisschen genauer angucken. Ich habe auch eine Liquidität über ein R1 gezogen, rechne ich eher diese Woche auf jeden Fall mit sinkenden Kursen. Und noch ganz zum Schluss, zum Gold-Position habe ich ja verdoppelt, habe ich euch ja gesagt, ersten Take-Profit genommen hier im Golden Pocket. Die Ineffizienz ist noch nicht ganz geschlossen, also wir haben bei Gold noch ein bisschen Performance auf jeden Fall hier hoch, bis in den Bereich von 2027 US-Dollar bis 2032 US-Dollar. Mal schauen, ob er sich diese noch holt jetzt in den nächsten Tagen und möglicherweise dann der große Crash kommt. Gerne mal eure Meinung in die Kommentare schreiben, was ihr denkt, für diese Woche eher short eingestellt, weiter im Bullish. Schreibt es unten gerne mal rein, auch mal so ein kleines Bild zu bekommen, wie so die Lage im kompletten Crypto-Space momentan ist. Aber ich bleibe dabei, ich traue diesen Markt nicht und ich glaube nicht daran, dass wir ein neues All-Time-High sehen, bevor nicht die erste Korrektur reinkommt. Ansonsten würde ich sagen, war es das auf jeden Fall von meiner Seite. Später kommt noch ein kleines Video, das muss ich noch posten, zu Obios Online. Ich weiß nicht, wem das noch versagt. Ist jetzt Token-Lodge gewesen, sehr, sehr erfolgreicher Token-Lodge, muss man ehrlicherweise sagen. Also freut mich auf jeden Fall. Und ansonsten würde ich sagen, Like da lassen, Abo da lassen, Telegram-Gruppe joinen. Ich wünsche euch einen schönen, erfolgreichen Tag. Lasst es euch gut gehen und wir hören uns eventuell dann später nochmal zu einem weiteren Video. Bis dahin. Ciao, ciao. Und wie immer. Stay Cript.